Ich finde die Edge Buds richtig stark und das sind die Ohre, die ich selbst viel beim Training im Gym genutzt habe und immer zufrieden war. Liegen preislich bei 24 Euro, sind schweißfest, was an der Nano-Beschichtung liegt. Die Edge Buds featuren APTX, das ist ein Audio-Codec von Qualcomm, prinzipiell ähnlich wie MP3, aber bessere Soundqualität. Um davon profitieren zu können, muss aber auch das Smartphone APTX unterstützen, was Apple beispielsweise nicht macht. Wir haben 9 Tonnen Akkulaufzeit und damit die längste Power aller meiner getesteten Earbuds. Wir haben Noise Cancelling, komfortabel, stabil, inklusive Mikro zum Telefonieren. Es wurde dann alles gedacht. Ich finde auch hier wieder nichts zum Kritisieren. Außer der Farbe vielleicht. Das Orange sieht zu sehr nach Hautfarben aus und das sieht getragen einfach mies aus, würde ich sagen. Aber glücklicherweise gibt es die Edge Buds in vielen verschiedenen Farben und werden von vielen Kunden als exzellent bewertet. Hut ab, klare Empfehlung auch hier von mir.